Es gibt neue Vorwürfe gegen den britischen Geheimdienst GCHQ. Wie das Nachrichtenmagazin der Spiegel berichtet, soll er gezielt die Reservierungssysteme von weltweit mehr als 350 Hotels überwachen, in denen häufig Regierungsvertreter zu Gast sind. Der Geheimdienst könne durch ein Spähprogramm Hotelbuchungen einsehen und sich so über Reisepläne von Diplomaten und Delegationen informieren. Dies gehe aus Unterlagen des US-Informanten Snowden hervor.